Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Python Job Challenge und zwar dieses Mal von LinkedIn. Heute geht es darum, wir wollen benachbarte Einheiten fremd halten. Das bedeutet im Endeffekt, wenn wir sagen wir mal einen String bekommen wie A, A, B, B, C, C, dann ist das illegal. Wir dürfen das so nicht ausgeben. Wir sollen das Ganze umformen zu zum Beispiel A, B, C, A, B, C. Das heißt die Benachbarten dürfen niemals gleich sein. Also ein A darf niemals neben einem A stehen, ein B darf niemals neben einem B stehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum zur Hölle würde ich jemals sowas brauchen? Und die Antwort ist ganz einfach. Mit solchen Strings werdet ihr sowas nicht brauchen. Aber wo ihr es vielleicht brauchen werdet, ist wenn ihr zum Beispiel Vergleiche macht oder eine Datenstruktur aufsetzt mit etwas komplexeren Objekten innen drin. Also vielleicht nicht unbedingt mit einzelnen Buchstaben, aber jetzt denken wir einfach mal, diese Buchstaben sind keine Buchstaben, sondern Objekte. Das heißt irgendwelche Klassen, die halt auch einen Gleichheitsvergleich haben, dann könnt ihr diesen Algorithmus wunderbar drauf anwenden. Und in dem Fall finde ich die Challenge eigentlich ganz solide gestellt. Und ja, eigentlich ganz cool. Deswegen lasst uns direkt mal anfangen, beziehungsweise überlegt erst mal selber vielleicht und dann lasst uns anfangen. Okay, das ich mir jetzt gerade überlegt habe, ist, wir könnten das Ganze als eine Art Greedy-Algorithmus machen. Das bedeutet, wir nehmen gierig sozusagen den häufigsten Buchstaben, weil das ist ja wahrscheinlich der, bei dem es am schwierigsten wird, die alle irgendwie hinzukriegen. Also zum Beispiel bei, wenn wir A, 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 B, B haben, dann müssen wir natürlich mit dem A anfangen, um dann am Ende ein A, B, A hinzubekommen, beziehungsweise A, B, A, B, A hinzubekommen, damit die beiden, die drei As nicht nebeneinander sind. Das ist die einzige Möglichkeit hier, die drei As zu sortieren. Und ja, wenn wir jetzt noch ein viertes A bekommen, dann ist es nicht möglich. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wo es keine Lösung gibt, ist klar. Aber mit drei As und zwei Bs können wir das so machen. Aber wir müssen eben mit dem A anfangen. Und deswegen machen wir eine Greedy-Lösung, die immer mit dem häufigsten Buchstaben arbeitet und den als nächsten setzt. Falls das natürlich möglich ist. Bei drei As werden wir natürlich nicht zwei hintereinander schreiben, ist klar. Okay, das heißt, was wir machen ist, wir fangen als erstes mal an und bauen uns sozusagen ein Histogramm, wo quasi die Häufigkeit von den einzelnen Buchstaben drin ist. Also Histogramm ist gleich, ups, das sollte kein Smiley werden, sondern eigentlich ein Dictionary. Um genau zu sein, hätte ich eigentlich ganz gern ein Default Dict, denn diese Dinger hier können auch tatsächlich so verwendet werden, dass ich darauf zugreife und es wird mir nichts um die Ohren geworfen. Das heißt, ich kann hier ein Default Dict benutzen und was wir auch noch gleich benutzen werden, ist ein, ja, das sage ich euch gleich, was wir gleich noch benutzen werden. Da ist nämlich schon eine Art Lösung in meinem Kopf. So, jetzt gehen wir natürlich hier 4char in S durch und tragen jeden einzelnen Buchstaben sozusagen in unser Default Dict ein. Das heißt, wir sagen hier Histogramm von Char und erhöhen das um 1. Wir müssen um 1 erhöhen, aber im Endeffekt, wenn wir keins davor drin haben, also wenn wir zum Beispiel das erste Mal einen Buchstaben finden, macht das rein gar nichts, denn der Standard ist immer 0. Deswegen das Default Dictionary, da müssen wir keinen Workaround drum herum machen. Das heißt, wenn wir einen Buchstaben zum Beispiel A das erste Mal finden, dann wird er auf 0 gesetzt und wir ingresen gleich um 1, also haben wir danach eine 1 drin bei den Buchstaben. Okay, so und jetzt müssen wir natürlich hierher gehen und sagen, hey, wir nehmen die ganze Zeit den Buchstaben, der am häufigsten vorkommt. Und dazu will ich mal euch was ganz kurz demonstrieren. Wir machen jetzt hier mal kurz ein Print rein und sagen hier Max von Histogramm. Okay, so und dann will ich das mal kurz ausgeben. Fremde benachbarte Einheiten ist wunderbar. So, okay, das heißt, wir bekommen hier, naja gut, wir haben jetzt hier natürlich sehr, sehr viele Strings ausgegeben. Bei dem String, den printen wir als erstes aus und dann kriegen wir ein C. Das ist quasi unser Rearrange, Moment, nee, das ist nicht unser Rearrange. Das C ist hier tatsächlich unser Max von Histogramm. Das bedeutet, wenn wir hier mal durchzählen, B, 1, 2, 3, 4, also wir haben vier Bs, wir haben zwei A's und wir haben zwei C's und wir kriegen ein C ausgegeben. Wenn wir jetzt hier mal kurz durchiterieren, vor I in Histogramm und das mal kurz ausgeben, Print I. Dann sieht, ach so, ja, wir haben wieder mal viel zu viel gemacht. Danach sollten wir vielleicht exiten, damit wir hier nicht noch weiter die ganzen Dinge reinpacken. So, dann sehen wir hier B, C, A. Okay, jetzt ist natürlich die große Frage, welches ist eigentlich unser häufigster hier? Und die Frage beantworte ich mal mit, wenn wir hier Punkt Keys ausgeben, dann bekommen wir hier die Buchstaben raus. Wenn wir allerdings Punkt Values ausgeben, das ist wie gesagt bei einem Dictionary immer so, dann bekommen wir hier die Zahlen ausgegeben. B ist hier jetzt an erster Stelle, weil das B hier hinten als letztes vorkommt, beziehungsweise auch als erstes vorkommt vor allem. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, dann sehen wir hier, okay, jetzt ist halt C an der ersten Stelle, weil wir zuerst ein C finden und danach haben wir halt die Bs. Also das Ding ist nicht sortiert. Aber wir können jetzt hier unser Histogramm natürlich nach den maximalen Values sortieren. Das Problem an der Sache ist allerdings, wenn wir hier jetzt unser Maximum rausholen, haben wir nicht mehr wirklich eine Referenz auf unseren tatsächlichen Buchstaben. Wir müssten quasi durch iterieren und dadurch wieder den Buchstaben bekommen. Das ist ein bisschen doof. Und es gibt auch nicht wirklich eine Möglichkeit, es gibt Ordered Dicts in Python, aber mit diesen Ordered Dicts sortieren wir nach der Einfüge-Reihenfolge sozusagen. Das heißt, es ist nicht wirklich möglich, ein Dictionary sortiert zu halten. Und deswegen macht man normalerweise einen kleinen Trick hierbei und zwar nutzen wir jetzt einfach mal Heap Queue. Eine Heap Queue ist wiederum sortiert, also mehr oder weniger sortiert. Wir müssen sie erstmal noch machen. Und das will ich euch ganz kurz zeigen, wie man das machen kann. Eine Heap Queue arbeitet sozusagen auf einer Liste. Das heißt, wenn wir uns hier unser Sorted Histo schreiben, dann ist das einfach eine ganz stinknormale Liste, mit der wir im Endeffekt nichts weiter tun, außer wir benutzen jetzt Heap Queue, also das Modul Heap Queue, um da Sachen einzufügen und um Sachen rauszulöschen. Und das hält uns das Ganze dann sortiert. Forchar und Amount in Histogram.items. So, und da iterieren wir einmal durch das Char Dictionary durch, weil wir hier natürlich die ganzen Zahlen sozusagen aufsummiert haben. Das sind ja in unserem Fall höchstens drei aktuell gerade. Also für jeden einzelnen Buchstaben, den fügen wir jetzt da quasi ein. Und jetzt gehen wir nicht irgendwie über Sorted Histo, dass wir es direkt einfügen, sondern wir gehen über Heap Queue.heapPush. Und damit fügen wir quasi Sachen ein. Jetzt müssen wir erstmal sagen, woran sollen wir es denn einfügen? Das sehen wir hier oben an dem Heap, den wir hier einfügen sollen. Naja, Sorted Histo ist unser Heap. Und was sollen wir einfügen? Naja, wir sollen eigentlich, eigentlich ein Tupel brauchen wir ja, weil wir müssen wissen, wie viele haben wir und welchen Buchstaben haben wir auch noch. Das heißt, was wir machen ist, wir machen erstmal das, was uns anzeigt, wie viel es ist. Das müssen wir quasi machen, damit wir wissen, nach was es sortiert wird. Also erstmal Amount. Und dann sagen wir, wir wollen den Buchstaben einfügen. So, perfekt. Und ja, jetzt gucken wir uns doch einfach mal unser Sorted Histo an. Sorted Histo. So, unser Sorted Histo sagt uns aus B, C, A, A, C, C, C. Okay, das heißt, wir haben hier eine 1 für B, eine 4 für unser C und eine 2 für unser A. Hm, nicht ganz sortiert. Was ist denn aber, wenn wir folgendes machen? For I in, ähm, in Heap, ups, Heap, Q.Heap, Pop, also quasi das Entfernen, ja. Das machen wir jetzt auf unserem Sorted Histo. Natürlich müssen wir wieder angeben, was eigentlich unser eigentlicher Heap ist. Und jetzt printen wir mal I aus. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und jetzt sehen wir hier, ähm, ja, natürlich nicht for, sondern while. While I, ähm, definiert als Heap, Q, Heap, Pop. So, jetzt. Wenn wir das machen, schade, funktioniert eigentlich natürlich auch nicht, ähm, weil man das natürlich separat schreiben sollte. Ähm, sagen wir mal Sorted Histo, beziehungsweise die Länge von Sorted Histo, größer 0. Dann können wir das natürlich machen. I gleich Heap, Q, Pop. So, funktioniert ein bisschen anders, man muss ein bisschen anders denken. Aber wir könnten das eigentlich auch mit dem Iterator machen, aber so geht es eigentlich auch. So, und jetzt sehen wir hier, okay, wir bekommen das Ganze sortiert, ja. Wir haben nicht mit dem A angefangen hier drin. A ist irgendwo mittendrin. Und zwar sehen wir hier, okay, A ist einmal da. Das heißt, 1 ist das, nachdem sortiert wurde. Dann kommt 2 mal B und dann kommt 5 mal C. Problem ist jetzt allerdings, wenn wir das so lassen, dann haben wir natürlich das, was am meisten ist, als letztes gepoppt. Ähm, das ist nicht so geil. Und deswegen müssen wir hier einen kleinen Trick anwenden und sagen hier einfach, wir machen die Amount negativ. Also wir sagen hier Minus Amount und dann sehen wir hier Minus 6 C, Minus 2 A, Minus 1 B. Okay, das heißt, wir bekommen das mit den meisten Characters, bekommen wir als erstes. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich haben wollen. Natürlich jetzt mit einer negativen Anzahl, aber mein Gott, das ist jetzt auch nicht so tragisch. So, was allerdings auch wichtig ist, wir entfernen durch einen Pop immer etwas vom Stack. Das ist quasi wie ein Stack, okay. Das kennt ihr aus meiner Algorithmen-Playlist hoffentlich. Ähm, und zwar ein Stack verliert durch ein Poppen immer einen Wert, nämlich den obersten Wert, in dem Fall immer den größten Wert. Wir könnten natürlich auch einfach mit Max machen. Das funktioniert genauso. Aber in dem Fall ist es so, glaube ich, sogar einfacher, weil, wie gesagt, Heap Queue ist ziemlich cool. Okay, das bedeutet, was müssen wir tun, damit das uns nicht um die Ohren fliegt? Naja, erstmal brauchen wir natürlich irgendwas, wo wir es reinschreiben können. Das heißt, unser Red ist gleich, ähm, eine leere Liste erstmal. Und hier fügen wir jetzt jeweils ein Buchstaben einfach ein. Das bedeutet, wir fügen in Red, erpenden wir einfach, ähm, I von, jetzt müssen wir nachdenken, von 2, weil das ist ja, nein, von 1 natürlich. Es ist ja ein Tupel und wir wollen ja den hinteren Eintrag haben. So, und, ähm, jetzt müssen wir kurz gucken, okay, was machen wir eigentlich, wenn wir das gepoppt haben? Weil wir hätten ja jetzt hier, wenn wir das hier poppen, haben wir ja immer noch weitere 5 Cs. Das heißt, das muss wieder in unser Sorted Histo rein, ja. Weil wir können es ja nicht rauslassen. Durch poppen verschwindet der Wert aus Sorted Histo raus. Und deswegen müssen wir es wieder einfügen. Und das heißt, wir sagen hier, ähm, wenn I von 0 kleiner ist als, ähm, als Minus 1, dann haben wir ja offensichtlich noch mehr als 1 drin. Sprich, dann müssen wir es nochmal einfügen. Dann sagen wir hier, ähm, HeapQ.HeapPush. Naja, wir wollen natürlich wieder in Sorted Histo reinpushen und wir wollen auch wieder ein Tupel pushen aus, äh, aus der Amount. Naja, das ist ja in unserem Fall jetzt gerade I von 1. Allerdings, Achtung, plus 1. Wir müssen es ja um 1 verringern, aber da wir im Negativen sind, müssen wir ein bisschen umdenken. Also plus 1 machen. Ähm, wobei ich hier ganz gerne zwei leere Zeichen drin hätte. Und das zweite, was wir reinpushen müssen, ist natürlich unseren Character. Das heißt, I von, äh, Quatsch, I von 0 ist das hier vorne natürlich. Es tut mir sehr leid. I von 1 müssen wir hier wieder reinpushen. So, und, ähm, dann haben wir eigentlich schon, ähm, mehr oder weniger unsere Lösung parat. Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein, wie das denn aussieht. Und zwar machen wir hier mal ein Printret. Und dann sehen wir hier, okay, wir haben CCABA. Das heißt, A, C, A, B, C ist drin. So, warum mit A, B, äh, A, C, A, B, C? Naja, im Endeffekt ist es unserem Heap ja egal, ob wir, ähm, das Ding hier quasi reinpushen, wenn es irgendwie, ja, wenn es da eben reinpasst. Also, wenn es, wenn beide zwei haben. Also, wenn wir zweimal ein C haben und zweimal ein A haben, ist es uns eigentlich relativ egal, welches wir da reinstecken. Dann nehmen wir einfach das. In unserem Fall haben wir jetzt A zuerst genommen. Also kommt das nächstes C. Dann kommt offensichtlich wieder ein A. Wobei hier die Reihenfolge völlig egal ist, weil wir hier A, B und C auch haben. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Und zwar, schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ähm, wenn wir hier das Ganze nochmal machen, dann sehen wir hier, oh, wir können ja immer noch zwei Buchstaben nebeneinander haben. Das heißt, hier sehen wir ein, naja, A, A, C, A, B, C. Das funktioniert offensichtlich nicht so ganz. Das bedeutet, wir müssen das hier machen, ähm, solange wir eben hier eine Möglichkeit haben, beziehungsweise damit wir das nicht hinkriegen. Und das bedeutet, wir brauchen hier noch irgendwie so einen kleinen Platzhalter, damit wir das nicht bekommen, ja. Ähm, damit wir quasi einen anderen bekommen. Und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Trick hierbei. Und zwar poppen wir uns erstmal, ähm, ein, ein Item. Das heißt, das machen wir sogar hier außerhalb. Und zwar sagen wir, ähm, wir poppen uns hier I, Pref, und sagen hier, okay, wir poppen das. Damit ist es ja nicht mehr in der Liste drin. Damit können wir diesen Buchstaben jetzt hier gerade nicht mehr bekommen. Wir fügen hier dann natürlich I von 1 ein. Ja, ich meine natürlich I, Pref von 1. Damit wir den Buchstaben hier drin haben. Und wie gesagt, damit ist ja der erstmal hier nicht drin. Dann poppen wir hier den nächsten. Und fügen auch den nächsten direkt ein. Das können wir durchaus machen, das ist ja kein Thema. Und was wir dann machen ist, wir fügen hier unten, also Heap, Q, Punkt, Heap, Push, nicht den neuen ein, sondern den alten. Wir fügen den alten wieder ein. Den neuen behalten wir uns noch außerhalb. Okay. Und dadurch haben wir jetzt wieder den alten, also quasi, wenn wir jetzt hier ein A eingefügt haben. Wir poppen erstmal A hier raus. Das ist ganz am Anfang. Damit haben wir A nicht in der Liste. Damit können wir hier bei dem Poppen, können wir A nicht bekommen, weil A nicht in der Liste ist. Also fügen wir danach, also wir bekommen dann zum Beispiel, wahrscheinlich bekommen wir hier C. Wir bekommen, ja wir bekommen C, weil C das zweithäufigste ist. Also wir bekommen ein C. Fügen danach das A wieder ein, aber das C lassen wir draußen. Weil das C ist ja der Buchstabe davor. Und das heißt, wir sagen hier, okay, wir pushen A wieder rein. Und hier unten fügen wir dann unser, ähm, oder setzen wir das quasi, Ipref ist gleich I, switchen wir das Ganze sozusagen um. So. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ein. Wie sieht das eigentlich aus? B, C, B, A, C. Okay, das sieht gut aus. Das ist aber auch ein kleines gewesen. A, C, A, C, A, C, A, B. Okay, das sieht absolut richtig aus meiner Meinung nach und hat hier wirklich Potenzial häufig kaputt zu gehen. Sollte eigentlich in Ordnung sein hier. A, C, A, B, C. Eine Sache haben wir allerdings noch. Was ist, wenn wir hier mal uns künstlich einen String erstellen, der aus nur A besteht? Dann sieht das Ganze natürlich so aus. Und wir bekommen hier als Red natürlich auch, ähm, warum gibst du nicht mehr aus? Ich will mehr haben. Okay, ähm, offensichtlich bekommen wir nicht so viel. Ja, natürlich, äh, weil wir hier tatsächlich dann am Ende, also wir laufen durch das While durch, ähm, und merken, okay, wir haben eigentlich nichts drin. Das heißt, die Länge von unserem Sorted History ist exakt 0, ja. Deswegen gehen wir hier nicht einmal an die Schleife ran. Und wenn ich das jetzt hier ausgeben würde, dann bekommen wir hier ein A. So, und das ist natürlich genau unser Problem. Wir haben hier tatsächlich, ähm, wir haben hier leider noch nicht alle Buchstaben unbedingt verarbeitet. Und zwar, wenn die Anzahl eben so ist, dass es nicht aufgeht, wenn wir die nicht alle unterkriegen können, dann haben wir natürlich noch ein Problem. Das bedeutet, wir müssen hier noch eine kleine F-Abfrage machen. Also, wenn wir hier unser I, ähm, und zwar von 0 haben und das ist noch kleiner als minus 1. Das heißt, wir haben noch mindestens ein Zeichen, das wir einfügen müssen. Dann returnen wir hier none. Ansonsten können wir hier, äh, red return. Red return red. So, und dann können wir das Exit hier auch rausschmeißen und dann bekommen wir, äh, das hier drin. Ich mache hier nochmal ein Exit rein, damit wir das nochmal richtig sehen können. So, ähm, I is reference before assignment. Okay, ja, dann haben wir natürlich hier ein Problem. Ähm, ich meine natürlich hier I, Bodenstrich, Pref. Das ist logisch. So, und hier sehen wir, okay, das ist nicht machbar. Hier bekommen wir ein None. Das ist auch absolut fein so, weil wir wollen es ja nicht machbar haben. Wenn wir jetzt hier ein B reinmachen, sehen wir auch, wir bekommen A, B zurück. Das sollte eigentlich auch ein None sein. Und das liegt natürlich daran, dass ich das hier noch nicht geändert habe. Und zwar muss das natürlich I, Pref sein, das wir hier einfügen wollen. Dann fügen wir nämlich auch das A wieder ein. Und dann sehen wir hier, okay, das ist auch offensichtlich None. Und ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal für die, vielleicht nicht 500, vielleicht machen wir hier nur 10 draus. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Ähm, und dann haben wir hier immer noch ein Exit. Das soll natürlich nicht sein. Okay, schauen wir aber ganz kurz hier rein. Ähm, B, C, C, B, C, C, A, C, B, C, D, äh, oder B, C. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil hier ein C, dann ein anderer Buchstabe, noch ein C, anderer Buchstabe, noch ein C, anderer Buchstabe, noch ein C, anderer Buchstabe, und dann kommen noch drei Cs. Das reicht offensichtlich auch nicht. So, ähm, und hier sehen wir jetzt, also einige davon gehen wirklich nicht. Aber ein paar andere, die funktionieren ohne Probleme. Und ja, das sollte so ungefähr passen. Allerdings stört mich noch eine Sache. Und zwar, wir bekommen hier eine Liste aus Buchstaben zurück. Das kann man relativ schnell ändern, indem wir hier Punkt Join machen. Und, äh, das sozusagen verbinden. Und dann haben wir hier auch tatsächlich alles so schön, wie es sein soll. Und jetzt haben wir hier tatsächlich fast nur Strings, die wirklich auch funktionieren. Wunderbar. Ähm, ja, und das ist eigentlich schon unsere Challenge. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Lösungen habt oder sowas, es gibt natürlich mehr als nur diese eine Lösung, ist klar. Aber wenn ihr mehr als diese Lösung habt oder eine andere Lösung vielleicht gebastelt habt, dann schreibt mir die ganz gerne mal unten rein. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.